Ich wollte mal hören, wie viel Risiko dabei war und wie es zu dieser Entscheidung kam. Ich dachte, es war kein Risiko. Ich nehme kein Risiko für ein Bundesligaspiel. Wir haben uns vorbereitet, so gut wie möglich, wie immer. Ich hatte total Betraut für die Mannschaft, für die Ausstellung. Wir haben viele Mal mit allen Spielern gespielt und natürlich, es war ein Test, aber kein Risiko. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich ein Risiko für dieses Spiel nehme. Es war ein bisschen ein Test, aber der Test, besonders für Patrick, war gut. Das war das erste Mal, er hat in der Bundesliga von Anfang an gespielt. Und er brauchte dieses Gefühl und war super für ihn. Es war sehr wichtig, dass er wieder zu kommen sehr stark im Januar. Gutes in dieser Hinrunde gelaufen ist und sind Sie auch ein bisschen stolz? Ja, natürlich, wir hatten Hoffnung, eine gute S-Runde zu tun, aber natürlich, ich bin der am meisten optimistisch. Ich habe nicht gedacht, dass wir es sehr gut gemacht haben. Aber ja, wir sind jetzt in dieser Situation, wir genießen, aber wir wollen weitermachen. Wir wollen nicht stoppen. Wir wissen, dass wenn wir nicht so gut spielen und nicht mit dieser Personalität und mit diesem Trauer, wir können Probleme haben. Aber jetzt ist es ein bisschen Zeit, Pause zu haben und danach können wir wieder weitermachen. Markus, ringen Sie bitte. Shake bitte. Lass uns auf den Weg zu sein. Hände dura. Bis dann. Lass uns erst Uhr. Und jetzt rein. Bis dann. Bis dann. Lass uns erst, wenn du dann. Du bist. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.